Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher und mit unserem Alterle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe mal hier die Musik reingeschnitten vom Summer Bash. Die kommt aktuell, wenn man einloggt. Da kann man richtig mitgehen, oder? Absolut, aber. Aber wir sind natürlich hier nicht zum Schumkeln. Wir sind so, Babys machen da. Wie sieht es denn aus jetzt? Also eine Stunde Zeit und hier haben wir nicht mehr so viel Zeit gehabt, ne? Äh, los mich schauen, los mich schauen. Wir müssen halt jetzt rechtzeitig zurück sein. Die Aufgaben, die wir heute machen, habe ich gestern schon angekündigt. Stickstoff? Ach, jetzt bin ich auf dem Haufen drauf. Ich wollte gerade sagen, hä, was ist denn da los? Ich kriege das Ding nicht angezeigt. Hier, 15 Minuten. Das heißt, wir müssen in einer Viertelstunde wieder zurück sein. Komm, wir holen uns ein bisschen Filetfleisch, dann trinken wir das Chiavoa-Baby zur Welt. Und sobald die Nacht dann vorbei ist, denn wir haben jetzt gerade Nachmittag, gehen wir Dunk-Betels holen. Würde ich sagen, dann gehen wir Dunk-Betels holen, bis unser Fiomia-Baby soweit ist. Dann haben wir alles soweit erledigt und dann gibt es eine neue Liste. Du gehst auf jeden Fall mit. Dann der Paulana. Und weil ganz viele den Kano mögen, ich bin kein so ein extremer Kano-Freund. Deswegen bitte mit Böse sein, wenn ich die Tiere reite, die ich so gut finde. Ich nehme ihn aber mal mit. Mich stört schon alleine das Geräusch an, wenn der loslegt. Dom, dom, dom. Ist natürlich ein starkes Tier, will ich gar nicht abstreiten, aber es ist nicht so meins. Ich habe den Brustus eigentlich gezähmt, weil ich war ihm noch was schuldig. So meine Lieben, Viertelstunde, wir halten das fest. Wir gehen jetzt Filet besorgen, weil wir wollen ja demnächst auch Chibis machen. Zumindest eins hätte ich gerne in dem Spiel stand. Wer weiß, wie lange dieses Summer Bash hier noch aktiv ist. Und da gehen wir natürlich in unsere Ecke. Denn wir wissen, das meiste Filet sollten wir rauskriegen aus Kanos, aus Rexen, aus Spinos, aus Gigas, die man natürlich nicht platt kriegt. Ich glaube sogar Brontos, aber die dauern zu lange. Ich würde sagen, wir schnappen Unalos, glaube ich. Die haben so die 5-Sterne-Wertung, wenn es um Filet geht. Das ist der Hammer, wie laut er ist, oder? Wie seid ihr eigentlich eingestellt? Du hast wunderschöne Scheren, habe ich dir das schon mal gesagt? Schade, dass die auf Fliehen ist eingestellt. Wieso bist du auf Fliehen eingestellt? Die Galle, hast du dir das selber eingestellt? Du bist aber nicht auf Fliehen eingestellt, oder? Nee, und du? Bei dir ist es egal, du musst passiv sein, weil ich brauche dich am Mann. So, meine Lieben. Wie viel brauchen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall schauen. Ich habe auch überlegt, ob ich nochmal zwei Preserving Bins aufsetze, dass wir mit einmal durchlaufen lassen alles haben schon. Das heißt, ich bräuchte dann 10. Vorher müssen wir es aber erst grillen, gell? Ihr erinnert euch, das war die Action-Ecke. Oh, da hinten haben wir einen blauen. Und einen grünen Saber. Ist jetzt auch nicht so mein Tier. Oder war es bisher noch nie. Schön sind sie schon, aber brauche ich jetzt nicht 10. Für einen Pachi würde ich mich allerdings erweichen lassen. Wobei, da habe ich mal wieder super mitgedacht. Ich habe Code dabei, statt irgendwelches 10-Zeug. Ey, das ist mir zu krass. Also, blaue Raubkatze finde ich zu krass. Wobei es schon krass aussieht. Hallo? Ah. Ich habe es mal wieder nicht mitgekriegt. Agis bringt, glaube ich, sogar ein bisschen Filet. Hier ist jetzt aber nicht mehr so viel los wie die Tage, ne? Komm, wir machen den weg. Das schäme ich mich die ganze Zeit, dass ich ihn nicht gezähmt habe. Das ist ja krass. Das sieht gar nicht mehr aus mehr wie den selber, ne? Er kam nur. Du baust den ab. Die Brontos will ich nicht töten. Aber im Rex hätte ich jetzt gesagt, können wir mitnehmen. Ist aber keiner mehr da. Da geht man einmal auf die Jagd. Dann ist hier nichts mehr da. Ich schätze mal, wenn wir zurück sind, haben wir wieder Nachspawn. Von was wirst denn du gejagt? Von einem Mikroraptor? Komm, ich helfe da. Deswegen hasse ich die so. Deswegen hasse ich die so. Weil man nämlich ruckzuck vom Pferd runterfliegt. Kurzer Moment. Was macht denn das eigentlich noch? Ist nur betäubt. Der krasseste Effekt überhaupt, oder? Paula. Ich wollte kurz sagen, ich bin die doch auf dem falschen Viecherl drauf. Steht übrigens, glaube ich, jetzt nicht so viel. Ey Leute, jetzt ist hier nichts mehr los, ne? Komm, wir gehen mal dahinter, ne? Wir gucken kurz, welches Level die Argis haben. Denn wir sind bald soweit. Scheiße. Höft's mal. Beißen kaputt. Die Säcke, die dreckigen Gammlichen, oder? Es gibt so ein paar Tiere in Arg. Von denen habe ich einen Heidenrespekt. Egal, welches Level ich habe. Komm, wir gehen mal weiter rein. Da ist bestimmt noch einer irgendwo. Hier ist eine ganze fette Adelbrut, Leute. Waren da nicht auch noch ein Haufen Alusaurier? Wir müssen ja irgendwie mal gucken, dass wir unser Zeug kommen. So, ein Hunderter, den könnte man sich schon mal holen. Der Zwanziger nicht unbedingt. Und er hier, 55er. Na, na. Na ja, das war dann mein Jagdausflug für heute. Tut mir leid. Ich dachte, es wäre mehr los. Paula, Angriff! Benz, Benz, Benz. Okay, wir haben noch 10 Minuten, bevor wir zurück müssen. Dann lasst uns mal hinten bei den Brontos noch um die Ecke schielen. Einmal will er Filet fangen gehen. Fangfallen. Es ist immer schon komisch jetzt, gell? Dass da letztendlich so viel los war. Und jetzt ist die Ruhe hier. Den baue ich auch mal ab. Lum, lum, li, lum. Da wäre es Pachile. Das Problemchen ist nur, ne? Wie Hop, Krok, Kops. Wie Hop, Krok. Boah, das Grün hat mich gerade irritiert. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für Tier? Pachile, wenn du 150er bist. Aber der wäre ja jetzt auch nicht schlecht, ne? Ich habe aber nur noch eine Bola. Ja, ne, Parizem machen wir dann separat mal. Wenn ich dann auch wirklich gutes Zeug dabei habe. Wir müssen eh nochmal rum. Ich habe ja noch kein Filet jetzt, ne? Da hinten ist ein Stehoei. Das klaue ich jetzt aber nicht. Da sind Raptoren, die bringen mir auch kein Filet. Tja, meine Lieben. So schnell wird die gefährliche Ecke zur Friedensecke. Den haben wir es aber angemalt. Den haben sie aber angemalt. Das ist das Problem, wenn du einen Ausflug machst, musst du normalerweise, du, weißt du, wenn du dann so, du willst die Viecher ja am liebsten alle. Tja, das komplette Eck ist hier ausradiert. Da ist ein Kanu, der bringt auf jeden Fall Filet. Und da hinten läuft nochmal ein blauer Rappes. Der Rappes mit dem Babes. Digga, ich brauche dein Filet. Ich brauche dein Filet. Prustus! Angart! Prustus! Angart! Wo ist Fleisch? Wo ist Fleisch? Vielleicht hätte ich es mit dem Spitzhacker abbauen sollen. Prustus! Lass mich auch mal. Lass mich auch. Digga, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir schauen, Digga. Ha, das hat super geklappt. Einen Haufen Filet, er ist da abgebaut, jetzt nicht. Wieso habe ich gerade das Gefühl, dass das alles... Zwei Filet. Beißt ihn! Oh, scheiße. Das kommt vom Lachen. Wie sie an dem Rumpenakt haben. Hornhaut! Hornhaut! Die kriegt ihr nicht durch. Alter, wie der die wegschickt, finde ich gut. Die Ameisen, die waren schon immer unsere Freunde. Echt? Sieht so aus, als ob wir uns ein Brondo machen müssen, wenn wir Filet wollen. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist nicht das, was ich machen möchte. Wir machen einen Deal. Das ist ein Brondo-Ei. Komm, ab! Ab! Kommt! Bevor der mitkommt. Äh, das Jucken, ne? Weil mit einem Brondo-Ei, meine Lieben, können wir nämlich irgendwann uns ein Obi holen. Und schalten. Fangen wir schon mal an zu sammeln. Ist das mein 135er Pari? Ja. Geh aber mal weg. Ich glaub, der Brondo hat jetzt geschnallt, dass du sein Ei hast. Nee. Die sind gar nicht sauer heute. Ich schätze, der eierlegende Brondo war ein paar Meter weiter weg. So. Geiler Ausflug, ne? Mal schön 10 Minuten verholzt. 10 Minuten verholzt. Weil ich Filet wohl... Das war aber eine fiese Nummer jetzt. Das geschieht ja recht. Wenn der Brustus dich jetzt in deine Schamme anlässt. Das geschieht... Ah, die bringen, glaub ich, auch Filet und die Diplodokuse. Gehen wir mal ganz kurz zu dem runter. Aber wir bräuchten halt so 20 Stück mal von Anfang, ne? Dass wir mal ein Jibile dann auch rauskriegen. Weil ich weiß nicht, ob die dann... Die spoilen doch so schnell. Ich glaub, der ahnt schon, dass es ihnen gleich an der Kutz geht. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Pauli und Paulana. Brustus, lass dich nicht zurückstumpen. Wir haben auch viel Leben gelöst. Aber da kommen nicht die beiden schön, die quere hier. Aber dann kann. Wer macht denn da den 120er Basisschaden von meinen Tieren? Ein Kano, gell? Der, den ich nicht so mag, der macht den höchsten Travage. Ist aber klar. Ist doch starker. Dass ich immer gut Spaß habe. Wajo 10.000 Leben. Da will ich mal was anfangen. Ich hoffe, da ist mehr Filet drin, als ich essen kann. Dräng die mal aus dem Wasser raus. Das wäre mehr die Idee. Weil da sind nämlich auch Piranhas drin und so. Klappt das? Kurzer Moment. Schön wie der Bronte da hinten ist gestrückt. Er blutet schon mal ein bisschen. Da geht normalerweise noch mehr. Ein bisschen Filet muss sein. Für unser kleines Chip-Veline. Noch 5 Minuten, dann kommt unser Chip-Orle auf die Welt, Leute. Tja, der Jagdausflug. Ich dachte, wir stellen uns heute mindestens 5 Brexen oder so. Paulat, bist du da? Dieses Paulat. Ja. Oh, 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 oh. Wo ist Filet? Mein Ergebnis sind 4 Stück. Sein Ergebnis sind 8. Und wer hat noch? Hast du noch Filet? Eins. Ich mache sie mal hier rein. Beim Tier heben sie länger, gell? Jetzt haben wir ja 9 Stück. 2 Minuten 4 auf 8 Minuten. Hä? Ich dachte, im Tier-Inventar hätte Filet länger. Das kann natürlich sein, dass das eine gleiche spoilt. 2 Minuten? Ja, doch, 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 doch. Ich hoffe, das ist richtig gescheit. Ja, aber das reicht nicht. Ich hätte es auch selber abbauen müssen, glaube ich. Mit den Tieren bin ich nicht so effektiv beim Filet, wie wenn ich es mit der Spitzhacker rausgeknobelt hätte, oder? Ja, komm, wir gehen heim. Wir haben ja ein bisschen was. Wenn wir das schon mal jetzt durchgrillen, dann hebt es auch länger. Wir brauchen Hyäner-Dons, ne? Die haben doch diese Fleisch-Packs, die man denen anheften kann. Dann hast du einen doppelten Timer, glaube ich. Wenn ich es noch richtig weiß, was doppelt. Also, meine Süßen. Perfekt. Dann gehen wir mal ganz kurz her. Ich habe ja gestern das Lagerfeuer aufgebaut. Dann pulle ich jetzt hier schon mal ein bisschen Holz rein. Und zwar aus meinem Dingsl. Hier machen wir mal 111 Stück. Das geht immer super schnell. Dann brauchen wir rohes Filet, die 13 Stück. Pullen, dannen und anzünden. So. Das läuft jetzt durch. Wir haben jetzt dann gegrilltes Filet. Und wenn wir das hier reinmachen, gegrilltes Filet zusammen mit Öl, ne? Gegrilltes Filet, drei Zündpulver und einmal Öl. Die Frage ist, habe ich noch irgendwie die Möglichkeit Zündpulver? Lass mal kurz gucken, dass wir hier schon mal überall ein bisschen Zündpulver reinhauen. Preserving bin. Zwei Stück. Model Pace. Da haben wir 59 Stück. Das heißt, ich mache mal überall 30 Stück rein. Dann kann ich hier 40 abziehen. Hier 36. Die 59 komplett. So. Dann müssten jetzt hier 30 Stück drin sein. Genau. Hier auch 30. Das wollen wir mal am Anfang haben, oder? Zack. Zack. Und zack. Ein bisschen was muss ich gleich noch herstellen. Stopp. Jetzt ist es gleich rüber machen. Ich weiß, dass das jetzt in der Zeit natürlich verbraucht, aber das ist minimal. Die Ball haben wir nichts. Da gefällt die Dinger und alles gut. So. Dann machen wir hier 30 Zündis rein. Dann machen wir hier 30 rein. Und dann brauche ich noch 60 Zündpulver. Mal gucken, ob wir die gerade herstellen können. Wir haben noch Zeit, oder? Bist du noch nicht so weit? Jetzt bin ich schon wieder auf dem Cothaufen von dir drauf. 1 Minute 48. Haben wir schön abgeteilt. So, wir brauchen Zündpulver. Noch mindestens 60 Stück für die erste Runde. Ach, es ist schön, wenn es dann einfach so läuft, ne? Feuerstein. Dann gehen wir Feuerstein holen. Gar kein Problem. Gar keine Frage. Das ist doch keine Frage. Feuerstein. Den hole ich da drüben, geschwind. So, meine Lieben. Das war eine nicht ganz so aufregende Jagd. Ich gebe es zu. Sogar ein bisschen bedauerlich, wenn ich es mal ehrlich nehme. Ich hätte jetzt schon gedacht. Müssen wir halt noch mal los, ne? Machen wir aber auch. Es gibt ja hier auch noch Stellen, wo wir noch nicht waren, ne? Vielleicht mal darüber zu's mehr. Machen wir es so. Sobald wir noch 2, 3 Dunk Beatles haben, würde ich sagen. Machen wir einen Ausflug in die andere Richtung. Wieder mit dem gleichen Trupp von gerade eben, würde ich sagen. Manchmal denke ich, da ist noch ein anderes Tier, wenn du so schnallst. Und ich werde mir, weil er scheinlich, weil er scheinlich, weil er scheinlich, werde ich mir ein paar Crops mitnehmen. Dann können wir Pachis einsammeln, wenn wir finden, ne? Die will ich auf jeden Fall. Einfach, weil ich sie noch nie gehabt habe, weil ich sie am Anfang wollte und nicht gefunden habe. und weil ich mit denen ja auch schon eine kleine erste Kippelzucht dann habe. So, Dünger habe ich erst nachgelegt. Das läuft. Die Schmieden laufen. Da müssen wir demnächst mit dem Ankylosaurier rüber. Ich überlege sogar, ob wir uns schon mal frühzeitig eine Brücke aufbauen. Das Chebua-Baby. Es gibt doch gar nicht. 16 Sekunden. Machen wir hier die Butze zu. Dann kannst du nur in eine Richtung raus gleich. Nämlich zur Schmiede. So. Oh, hast du es weggeschmissen, du Sack. Oh Gott, ist das winzig. Oh Gott, Leute, ist das Biddy? Ist das Biddy? Guck mal. Ha. Lalle. Ach Gott, ist das süß. Ich hoffe, es ist ein Mädel. Ja, es ist ein Mädel. Level 1 ab, Bams. Du brauchst was zum Futtern, gell? Ich geb dir all meine Bärchen. Oh, oh. Level 1, Chabu. Oh, ich hab schon gedacht, he. Isst du die auch? Ich drück mal auf E. Ja, ne, ist. Aber du kannst echt nicht viel tragen, gell? Alter, du bist so ein kleines Wurzeln. Oh, schön, ist das süß. Warte mal, muss ich mich... Alter, das sieht aus wie ein Chibile jetzt, oder? Geh mal her, so machen wir mal den Ixler. Hat der das Baby weggeschmissen, habt ihr das gesehen? Und da sagen sie immer, ich hau mit der Axt drauf. Nee, nee. Alter, du hängst drin. Ach Gott, wie gut, die kuschelt sich in sein Bärtle, nein. Ist das süß. Ah, ist ganz goldig, gell? Das gehört jetzt uns. Hey, wisst ihr was? Es muss nicht immer das größte Tier sein, oder? Lasst uns Namensvorschläge sammeln. Alles... Kurzer Moment, ich bin total geflasht, wie goldig das umgesetzt ist. Guck mal, jetzt mit dem Battler und alles. Und der Chabu ist auch goldig. Leute, Namenssammlung. Weibliches Chabua-Nachwuchs-Baby bei uns hier im Spielstand. Ihr schreibt Namen in die Kommentare. Ich sammle die und dann machen wir ein Voting, ja? Spontane Entscheidungen sind immer die besten. So. Ah ja, das büßt mal. Das büßt mal. Folgst du mir noch? Ich muss dich auf... Du darfst mir nicht wegrennen. Und ich muss jetzt gucken, dass du genug Bällen hast. Das war's natürlich jetzt mit Jagen gehen und Fertz, ne? Wir bleiben hier. Können wir das Chabu-Baby wieder nicht allein lassen? Gibt's einen Prägetimer? Jo, 38 Minuten. Du bist so süß. Ach Gott, bist du süß? Ähm. Komm mal her, ich zieh dich. Wenn die das nicht fertig kriegen, dann macht das der Baba für dich. Komm her. Komm hier ein bisschen rüber. Kannst dich bei deinen Eltern reinkuscheln? Die wissen nicht, dass du süß bist. Die sind doof. So. Du kannst doch auch gar nichts dafür. Junge, ist das putzig. Junge. Ja. Poppen geht, ne? Und dann... Ich muss dem die Mütze ausziehen. Der wirkt jetzt gerade schon so ein bisschen böse, finde ich. So, kurzer Moment. Die stimme wieder hin. Komm her, gib mal die Kappe, Digga. So. Die muss man... Alter, der große Ohr. Siehst du gerade, wenn du die Mütze aufhast, ne? Jetzt bist mein Herzchen gesundet, meine Lieben. Schöne Geschichte. Ach Gott, ist das putzig. Ob wir genauso viel Liebe für unser Friomia-Baby empfinden werden, wenn es fertig ist. So. Ich pfeife dich ab. Du kriegst gleich nochmal frische Beeren und dann gehen wir in die Wüste. Das reicht uns heute noch, oder? Mindestens zwei Dung-Beatles müssen heute noch flutschen. Ah. Wir haben Nachwuchs. Hab ich euch schon erzählt. Ja, wir würden auch gerne mal poppen. Lass uns aber. Lass uns aber auch mal irgendwann. Boah, die Farben in dem Feuerlicht sind jetzt noch übler. Oh je. Okay. Okay, wir haben 45 Minuten hier Zeit. Das heißt, der Cheboah gibt vor, wie lange wir weg sein dürfen. 37 Minuten. Na ja, das packen wir jetzt eh nicht. Jetzt pass auf. Wir fahren jetzt in die Wüste. Dann sammeln wir Dung-Beatles. Und morgen müssen wir mal gucken, dass wir zurück sind. So machen wir das, Leute. Ich mach ganz kurze Schnittle, oder? Dass wir nicht in der Nacht da rumkrautschen. Ja, komm. Morgen früh um vier hole ich euch jetzt gleich wieder dazu. Ich schneid uns kurz rüber. Halb vier, meine Lieben. Jetzt haben wir noch ganz kurz das Zeug hier rein, würde ich sagen. So gut es geht. Das wird schon mal die ersten durchlaufen lassen. Und zwar müssen wir... Pass mal auf, ich hätte die da drin liegen lassen sollen. Dann kann ich die nämlich... Kann ich die nochmal zurück? Das geht jetzt nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Dann haue ich sie hier oben rein. Schwimmt. Weil wir müssen jetzt nämlich das hier immer einmal herstellen pro Ding, ne? Dann läuft es hier einmal durch. Dann läuft es hier einmal durch. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, ob ich auch das Richtige hier angestupst habe. Filet geräuchert. Dann läuft es hier einmal durch. Das heißt, wenn wir jetzt zurückkommen und das durchgelaufen ist, irgendwann haben wir acht Stück. Dann fehlen uns noch zwei für unser erstes G-Builder, gell? Zündpulver fehlt. Richtig, ich wollte mich noch Zündpulver herstellen. Dä, dä, dä. Ist das eine Trollig? Wo ist es jetzt hin? Wo ist es denn jetzt wieder hin? Kurzer Moment, ich habe das blöde Gefühl, das ist mir herausgefolgt. Da vorne rennt es. Ich habe es noch auf Wandern. Alter, le. Stopp. Komm zurück. Ähm. Ähm. Komm zurück. Es rennt schon los. Es rennt schon los in Richtung... Nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Oh, ich kriege es aber auch bald jedes Mal fertig. Jetzt hänge ich hier am Skorpion. Ich drehe es ja durch. Ich drehe es ja durch. Zipulver, komm zurück zu mir. Da kommt er an, kümmelt. Ja, komm. Das gibt es doch nicht, oder? Hallo. Hallo. Könntest du mich mal loslassen, mein Freund? Ach, Kinders. Dauert manchmal seine Zeit, bis man dann wieder darf. So, jetzt habe ich den Ding schon mal abgebaut hier, dass ich überhaupt wieder hochkomme. Diggerle, kommst du jetzt mit rein, bitte wieder? Ich habe es vergessen. Das war schon mein Fehler, aber... Ich habe als ein Theater... Wie es dann hochguckt, hast du gesehen? Jetzt habe ich schon wieder den gepfiffelt, sag mal. Jetzt habe ich einen Erschrank. Sind wir echt das Level 58? Dann dauert es doch noch eine Weile. Ach, Kinders. Komm jetzt, beweg dich, Diggerle. Wo bist du denn jetzt? Jetzt kommt's. Gott sei Dank ist mir das auffallen. Stell dir mal vor, dass da alles passieren kann. Das ist, weil deine super Eltern so toll auf dich aufpassen. Ist ganz gut, dass ich da bin. So, meine Lieben. Also, gibt es nochmal frische Bärskies und dann ist es versorgt. Was habe ich nicht jetzt eigentlich gemacht? Ah, ja, richtig. Ich war beim Zündpulver herstellen. Alter, da werden wir wahrscheinlich heute keine Dungbietels mehr sehen. Ich habe so ein blödes Gefühl. So, komm her. Ich mache mal 100 Stück. Gar nicht möglich. Achso, hier habe ich doch. Guck mal. Ich mache nochmal 100. Wie viel können wir? 71. Die reichen, um jeweils 30 da ranzubringen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Von außen sieht man das nämlich leider nicht. Also, das dauert ja ewig, bis die durch sind. Aber hier laufen schon mal zwei. Hier müssen wir. Hier läuft jetzt auf jeden Fall eins. Und hier läuft eins. Das heißt, da drüben kann ich noch weitermachen. Hier läuft es bereits. Hier können wir noch eins. Zündpulver mal drei. Das ist noch nicht durchgemahlen. Hier können wir noch eins. Und hier auch. Ey, wenn ich jetzt aber hier nochmal zwei dazu baue. Dann müsste ich aber, dass es schön aussieht. Vier Stück bauen, ne? Ja, ich probiere. Wenn ich die Matze brauche. Ich brauche das irgendwie auch schon. Was machen wir dann mal. Vier. Pull. Dann. Also, wenn ich jetzt hier zwei hinsetze, dann sieht es blöd aus, wenn da drüben keine zwei wären. So viel Zeit muss sein. Das müssen wir jetzt zusammenrichten. Aber dann haben wir auch... Ja. Machen wir den anderen hier noch hin. Wie schön, dass das aber jetzt gerade auch bündig aufgeht. Guck mal. Perfekt. Ist auch die Holzsäule noch ein bisschen... Hier kann es knapp werden. Hier habe ich es nicht so schön abmessen, offensichtlich, oder? Müsste aber, weil das gewisse Symmetrie... Ach, wegen dem Ding hier wird es nicht funktionieren. Ja, aber ist ja egal. Dann kommt der weg. Guck dir das an. Ey, wann mache ich hin? Dann hängt da halt ein bisschen rein. Das stört doch auch niemand. Ich müsste zwei da rüberziehen. Noch ein paar Millimeter. Geht das? Ja, würde gehen. Würde gehen. Aber dann ist es da nicht mehr symmetrisch. Das heißt, ich nehme es jetzt hier weg. Mach dann hier dafür noch eine Rampe hin. Und dann ist das auch schon wieder ausgeglichen. Ja, komm. Ich kann ja uns rüberschneiden in die Büste. Ach, wir haben ja Teleporter. Dann kriegen wir heute auch noch mindestens ein Dung Beetle. Rest hole ich dann morgen. Ist der Kleine jetzt noch da drin? Ich hoffe es. So, meine lieben. Rampe hin. Dann müsste man den aber eigentlich fast auch weg machen, dass es auf der Seite gerade aussieht, oder? Ja, mach mal. La, 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 la. Herrlich, was wir schon wieder alles erlebt haben. Ich sage es dir. Ram. Rampe hin. Hier einmal. Ja, so ist es okay. Das muss ja nicht sein, ne? Das sieht dann genauso aus wie da. Ich meine die ganze Zeit, wir haben einen Thorny. Dabei ist es der Biber, der da so abschmatzt, ne? So, jetzt muss ich allerdings noch mal ganz kurz hier ran. Da ist das eine Trikot, der noch gefehlt hier oben. Hier. Da muss jetzt erstmal Zündpulver rein. Am liebsten wäre es mir ja 30 Stück. Aus dem Mordl. Pul. Dann. Jetzt läuft's. Also, wir sind uns, glaube ich, einig. Jetzt haben wir hier einen. Da fehlt nochmal. Zündpulver. Nochmal 30 Stück rüber. Pul. Dann. Und Action. Sechs Stück laufen jetzt hier auf jeden Fall durch auf der Seite, ne? Das haben wir erledigt. Jetzt geht's hier weiter. Erstmal obere Reihe. Auch hier bitte. Das ist klar, weil er die direkt verbraucht. Aber ich muss noch mehr reinmachen, dass er überhaupt läuft. Machen wir hier mal 20 jetzt nur rein. Obere Reihe nächster. Oh, scheiße. Ich hab's ja nicht zu. Dann machen wir hier nochmal 23. Pul dann. Das heißt, wir kriegen einen Chibi die Woche, oder? Zack. Ich müsste hier allerdings... Jetzt geht's los. Ich brauche hier unten auch nochmal. Das sind die letzten 30. Das heißt, ich habe jetzt überall 30 Stück drin. Außer unten. Da nehme ich mir jetzt von überall noch ein bisschen weg. Alles klar. Das ist doch klar, dass das nicht geht. Dann machen wir hier Zündpulver. Da nehme ich mal drei Stück raus. Hier drei. Zwei. Drei. Zwei. Pul dann. Und ab dafür. Der läuft durch. Das gleiche Spiel hier. Hier sind 30 drin. Da brauche ich es nur so machen. Haben wir sogar mehr. Also. Drei. Sechs. Zwölf Stück laufen durch. Wie viel haben wir noch insgesamt? Ich glaube, wir haben sie alle verwertet. Ja, eins ist gespoilt. Und der Rest sind Verwertungen. So, meine Lieben. Ja, gut. Ein bisschen Action. Ein bisschen Chaos. So, wie es halt sein muss. Süße 26 Minuten habe ich Zeit für Dungbietel 10. Die nehme ich mir aber. Du bleibst hier. Ich mache hier zu. Ich mache hier zu. Im schlimmsten Fall kann er dann eigentlich nur noch zum Dungbietel entweichen. Es sei denn, er findet den Weg außenrum. Und du hast mir noch Zeit gelassen. 34 Minuten. Also, du bist das Maß aller Dinge heute für uns, Süßes. 26 Minuten. Wir nehmen Stumpen und dann hauen wir ab. So machen wir das. Für den Fall. Ich brauche auf jeden Fall Bollen. Habe ich sehr viele dabei. Die müssten reichen. Lass mich das mal noch kurz wegräumen. Mal mal eine Minute länger. Zeit zum Wegräumen muss sein. Wenn man schon mal sowas hat, wie eine saubere Anrichte. Leute, ist das ein süßes Baby, oder? Das ist echt eine wunderschöne... Das haben sie wunderschön gezeichnet. So, ihr kommt hier rüber. Die Pfeile nehme ich mit. Leder kommt hier rein. Zweite Kategorie im Mats. Ach, und den Teleporter. Sonst kommen wir nämlich nicht mehr nach Hause. Da vorne kann ich nicht. Da wird gepoppt. Ich setze den einfach mal jetzt hier hin, dass er einen Platz hat, oder? Ich kann aber nicht. Nee, ich mache ihn immer hier. Hier mache ich ihn hin. Überhaupt mal jetzt. So, jetzt müssen wir das Jebo alle kurz runterholen. Äh, den Stumpen. So. Liebe Motte, ich nehme dir mal deinen Freund kurz mit. Peterle, bist du aufgestiegen? Ja, ich bin der schnellste Peterle im Dorf. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass das hier nicht geht so. Muss man auch nochmal anders machen. Der Teleporter muss auf jeden Fall hier weg. Der kann hier nicht bleiben. So. Was brauche ich für das Dankbietelzeben? Nur AA, oder? Was zum Trinken in der Wüste? Komm her. Ich weiß nicht, ob das voll ist. Ist trotzdem eng, gell? Guck mal, ich komme jetzt hier gar nicht mehr bei, weil der Peterle so ein Bollen ist. Zwei Dankbietels will ich, bevor ich hier weitermache. So. Einmal kurz Wasser geholt. Und einmal kurz getrunken. Das reicht. Hast du Hunger? Hast du immer, gell? Sag mal, ich habe dir doch aber gegrilltes Ding gemacht. Hast du das nicht mal probiert? Das fügt, glaube ich, 40, 50 Leben auf. Gegrilltes Filet. Ja, der hält ja sieben Stunden. So, meine Lieben. Jetzt können wir es wagen. Ach so. Wie ist denn das dann? Wie ist denn das dann, wenn ich heimkomme mit ihm? Pass mal auf. Das ist Small eingestellt. Das ist okay. Syrien. Es dürfte kein anderes Tier mitgehen. Der Dankbietel ist viel zu weit weg. Das hat geklappt. Das hat wunderbar geklappt. So, auf geht's. Peterle. Zeige ich mir mal ganz kurz, was ich hier für dich tun kann. Gewicht würde ich sagen, oder? Ja, Gewicht ist immer gut. Ein Haufen Skorpione. Ein Haufen Bugs. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt hier einfach mal die Stellen so ein bisschen abfliege. Und da hole ich euch dazu, wenn ich am ersten Dankbietel bin. Morgen machen wir den zweiten und vielleicht noch einen dritten. Und dann geht es zu Hause weiter. Ihr wisst ja, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, bevor die Kleine geprägt werden will. Erster Versuch. Zwei Schlangen. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt was kriegen. Angepöpselt habe ich sie mal. Der Dankbietel, der hilft mit. Kann natürlich sein, dass der ist jetzt vom Schnäuzerich weg. Den habe ich, glaube ich... Guck mal. Stumpen holt er Fleisch. Und den musst du... Die Vulturen muss weg. Man denkt dran, dass die dich aufgabeln können. Ich habe keine Energie mehr. Ich fliege mal lieber weg. Das Problem an den Vulturen ist nämlich, dass die dich auch gleich auf dem Kieger haben. Da kommen sie. Wenn ich Energie aufladen kann bis dahin, dann mache ich eine C-Attacke. Okay, mal wieder alle Knöpfe erwischt. Der Dankbietel wird noch leben. Einen hast du. Ich bin stolz auf dich, Stumpus. Kurz absetzen. Lums. Ah, wir haben sie. Die machen halt Schaden an dir und am Tier, auf dem du sitzt. Guck mal, der ist auch sauer. Welches Level hat denn der, dass der so angriffswütig jetzt daherkommt? 25er Dankbietel, mein Name. Was ist los? Was machst du in meiner Wüste? Den holen wir uns. Alter, komm. Nur auf Akku zu sein, Digger. Der will es jetzt wissen, der kennt er nicht. Jetzt hat er aufgehört. Wird er wieder sauer, wenn ich runterkomme? Sofort stinkig geworden, der Gute. Fliegen wir aufs offene Meer. Den haben wir so schön freigekämpft. Den sollte uns Ark jetzt eigentlich gönnen. Und nachdem wir so schön daheim alles vorbereitet haben. Ich hoffe, dass er jetzt noch sauer ist. Und jetzt schnallt ich ihn weg. Der Bollenbär, das bahnt jetzt gleich. Da hinten ist er, gell? So. Großer Moment im Leben eines Zähmers. Sehr schön. Auf geht's. So, Leute. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt noch zwei, drei Stück und dann ist alles gut, oder? Wir holen uns, was wir brauchen. Dem geht es ja bei uns nicht schlecht. Also von daher. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch zwei, drei finden morgen. Freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde mit euch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.